Ich werde den Tabaluga hier Das Tabaluga von Tabaluga TV rausnehmen Also die Sendung muss jetzt abgesetzt werden Tut mir leid, liebe Kinder Tabaluga TV gibt's nicht mehr Jöööö Hast nen Scheißjob gemacht Jöööö So, hier Wink dir da Möööö So Warte weil Switch, die Bitch! Nintendo Switch So Das Zügelchen hab ich drin Jo So, dann hab ich das Vögelchen. Aber das ist noch längst nicht alles. Das ist noch nicht alles. Wir haben jetzt. Mein Körper hatte 20 sogar. Nicht 10. Aber dann bin ich... Äh, Leute, von da hab ich schon mal recht gehabt. Ja, okay. Ja, na, das so. Offen Daydreaming. Ja, sieht man. Irgendwie nicht. Aber kann schon mal vorkommen. So. Das Ding ist... Ich hab mir noch mal ein bisschen mal im Internet, wie gesagt, ja, hab mal ein bisschen recherchiert, mal geguckt. Ja, da gibt's noch ein paar andere. Ja, da müssen wir nämlich noch ein paar Lavandier. Der ist nämlich so eine relativ coole Sache. Ja, nicht coole Sache. Was heißt coole Sache? Ich sag halt nur, weil es knalliger klingt. Ja, das hier, das mein ich. Oh, also so, da geht gleich direkt los. Oh! just get moving, okay? Geh einfach fort, warte, okay? Aber was will ich machen? Und was will ich machen? Oh. So, mein Mann mal speichern. Nein, da fängt nur eine Sache ein. Kann man nicht bei Mutti die Uhrzeit ändern? Töne mal, ich will mal was ausprobiert haben. Hm. Ich bin mein Lieferant. Hm? Guten Abend, guten Abend. Ich bin hier. Meine Tochter ist, äh, adamant über Beckeln, mit auch so einem Ancestrant. Sie liebt Pokémon, sieht man. Aber nicht mehr? Du bist sicher? Bist du sicher? Wieso sage ich euch die Mausten mal? Joach, okay, machen wir mal. Ich habe... Natürlich, das ist ja. Ich habe ein Schäppchen großgezogen, nach allem. Ich warn' dich! Ich werde mich wirklich nicht zurückhalten. Ja, mach mal! Let's do it! ... ... ... ... ... Weg mit deiner Mutterwitze! Ja, Mama! Level 81! Oh, gut! Das ist aber eine echt geile Herausforderung! Guck mal, hier! Ham, ham! Siehst lecker aus, du Hypnose-Mann! Und das soll mir weh getan haben! Ich beiß dir noch mal zu! Das ist ein lecker, sexy Frühstück! Ich hab's ja gar nur überlegt! Scheiße! So! Der ist ja tot! Zum Glück! Sandflora! Da hab ich auch schon die passende Antwort, mehr oder weniger! Doch! Tive Lotion! Erleg dir, du deinen Job, mein Bester! Das ist ja so ne nutzlose Sonnenblume! Der ist ja so neuer! Der ist ja so neuer! Der ist ja so neuer! Ich nehm mal den hier. Sicher ist sicher. Ein Sen-Slash von ganzem Roses. So, mit mir auf eine Wellenlänge. Nimm das ja. Oh, das war doch ganz so einfach. Ja, mit 95. Windows 95. Geil. Target-Tick. Du hast echt nen schrägen Tick. Ja. Ich beiss dir noch mal zu, ja? Sie sieht lecker aus. Lecker ausgewachsenes Frühstücksei in Kükenform. Ghost Mom! Schon jeder. Ach, oh, nö. Hab doch keinen Bock. Hi, Taira! Ham, ham! Lecker Ei! Auwei, auwei! Na, das wird nicht so geil. Spezialattacken sind ja schon wesentlich wuchtiger. Weil physisch hält das... ...diese hässliche Ding schon echt was aus. Hm, ich hab keine Idee. So, 77 Kp werden abgezogen. Psych. Jo, ich versuch's einfach mal. Da hätte eh einen Spezialangebot für absurd hoch ist. Ich muss es einfach mal suchen. Ich versuch's auch gleich durch. Wo ist er schon tot? Ganz geil. Das wird auch gleich durch. Manche, hm. Kommt mir bekannt vor. Manta rauchen. Oder irgendwie... Ja, süssig. Ja, 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 ja. Obwohl... Oh, wir sehen ja jetzt ein schlechtes Match-up. Hab ich mich verkalkuliert. Zapdos, das... Na. Mana rauchen wir auch... Du weißt, doch, dass Wasser an Elektronik... noch nie ein gutes Paar waren... Kommst du also, R'ay? Hey, mein Name ist nicht R'ay. Hör auf mich zum Verwirren! Tryち mal! BAM! Tioch. Wiedermormereitr-Ashaped monoworge, Habe ich dich kaputt gemacht? Ja, oder? So. Haben wir es ja geschafft. Mom, wurde kaputt gemacht. Deine Mutter ist so scheiße, die hat gegen mich verloren. Kann sie dich jetzt sagen. Long journey. Ah, auf eine lange Reise. Ist Geld wichtig. Und jetzt redet ich auch noch über Geld. Du bist doch nicht Florian Hum. Noch nicht Auge, Bertak. Du bist nur eine blöde Mom. Also verzieh dich. Wow, du bist unglaublich. Obwohl, ich bin sicher, Gold würde mehr, noch eine viel größere Herausforderung sein. Ja, viel Herausforderung darf. Du und dein Pokémon sollten hier sich ein bisschen ausruhen. Geil. Viel besser. Viel Glück auf deiner Pokémon-Reise. Und, was hast du jetzt zu labern? Ich mache mir Sorgen, um Gott, ob er sich irgendwie verlassen könnte oder krank werden könnte. Aber ich bin sehr stolz, dass er das tut, was immer er möchte. Okay. Die erkennt mich doch nicht wieder. Aber ich war mir egal. Deine Mutti hat verloren, weil die scheiße ist. Mama ist stolz. Und Opa auch. Aber wenn mir erzähl ich das. Jo, Mama. Jo. Hat doch nur ein paar Minuten gedauert, der Kampf. Der Mönchkampf. War doch echt ein Kampf. Nö. Jo. Lavendilletown, äh, Lavandia für Volontier-Pokémon-Haus. Pfff. Was für geht das mal? Pfff. Moin. Ich sollte ihn aufhalten. Aber Herr Fuzi, schau dir irgendwie an, als wenn er irgendwie, äh, was seid ich, äh, bin pushed out. Ja, aber, ja, dieses Look, er hat ein bisschen, äh, ein bisschen, diesen Blick, als wenn alles okay wäre. Wie, äh, wie, äh, wie, äh, drangenommen sind. einer ist die Förster. Ich weiß, das ist nicht das erste Mal. Aber, na ja. Ich, ich hoffe, ich, 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 habe ich irgendwas gehört? Hm. Dieser, äh, dieser Typ erwähnte, ein Boot. Ich denke, äh, äh, der ordentliche Einzige Ort, den ich kenne, äh, in Kanto. Wir brauchen ein Boot, um zu, äh, wie das ist, ist Cinnabar Island. Äh, ist die Nuba-Insel. Ich habe ihn Erfuji genommen. Und Anton. Er ist auch gegangen, verschwunden. Warum? Warum würde jemand das tun? Ein schwuler, blöder Typ. Wie ihr sehen. Ich würde mir nicht mehr tun. Hm. Ein Cinnabar. Da muss ich eben ein bisschen gucken. Dann muss ich eben ein bisschen gucken. Da-da, 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 da, we不能 unsquitoWAIN' а Um, vamentc seen가는, vor오�ramene Wiraldo, da-da! da-da! ich bin mir nicht ich bin ja manchmal aber da ist nichts immer räumor umarmen ne mein nicht weil die scheiße aussieht die fette nasenrotze die lebendig geworden ist mit Hilfe von Prof. Dr. Frankenstein hmm da fällt mir ein war ich doch gar nicht in einer ah du möchtest tauschen mit dem bibor gegen diese schlägzungen geschichte da nennt nicht das Ding nun mal ah schlurp ah spüren sie es Mr. Krebs mh aber ich spüren es ben jambi ben jambi bühmchen vergiss es deine bühmchen tapeten kannst du dir sparen bei bei mach nix ich nehme dir eine Schokoriegel die kompik t r Ah, irgendwie so, ne, so ein lila Typ da. Nicht hier erschienen, äh, vor kurzem. Even had some old guy with him. Ah, achso, das ist ja einer der Typ. Ich denke nicht, dass sie mich eben nicht bemerkt haben, aber ich hörte da, dass sie, dass sie irgendwas gesagt haben über Pokémon, über die Pokémon-Villa. Denn, oh, ich denke mal, dann sind sie aber irgendwie da genau da reingegangen, das ist ein Tunnel. Dieser alte Typ da, er schaute aus, als er versucht hätte, zu diesem Typen da, diesem lilaen Typen da zu reden. Da, da, irgendwie. An den want to get him, ich würde mich dir nicht einmischen. Würde ich auch nicht wollen. So ein schwuler Typ in lila Kleidung. Na, ja. Da ist doch die inneren Pokémon-Menschen, na? Na, ist doch ne. Ja, auch nicht, aber ich wollte. Nö. Alter, kann sie echt nix finden. Da ist nur das hier. Den Tunnel. Und hier ist nix. Ah, na, dann weiß ich, wo ich ihn wieder speichern muss. Warte. Ah, die ruckelt halt Out-Mucke mal wieder. Die Nach-Unten-Taste bei meinem Controller ist manchmal ein bisschen durch, irgendwie. Hat mich geiler, warum? Manchmal muss ich nicht, manchmal... Nein, weiß ich nicht. So. Wann mal. Zwei. Wann mal. V documentation.